Badahasta Ardha Siddhasana ist eine Meditationshaltung mit gefalteten Händen. Ardha Siddhasana bedeutet, eine Ferse zwischen Geschlechtsorgan und Anus zu haben bzw. im Perineum und der andere Fuß liegt vorne. Und dann faltest du die Hände und das ist für viele Menschen eine schöne Meditationshaltung. Du kannst auch eine Badahasta-Variation üben, um dich zu dehnen, die Hände in deinem Gesäß, Falten, Hände Richtung Boden, Brustkorbwölben, Schultern nach hinten. Eine schöne Übung zu Anfang der Meditation oder zwischen zwei Meditationssitzungen.